Und laut! Unser Totengesang! Hört, hört! Harte Arbeit, wie ich sehe. Wie bist du... Es ist soweit. Wir lagern nördlich von hier. Triff mich dort. Gentlemen, lasst uns gehen. Es war zu kalt. Jetzt ist es verdammt heiß. Und schwül dazu. Der reinste Sumpf, sage ich euch. Ah, ganz zu schweigen von den Moskitos. Wetter und Ungeziefer sind bald schon unsere geringste Sorge. Was? Ihr meint die Bulldogge? Ha, bitte. Er wird gar nicht wissen, was ihm geschieht, dieser Lamm. Wo ist der gute Lee schon wieder hin? Zurück zu Braddock, seinen Dienst ableisten. Ich vermute mal, Bulldog war nicht begeistert nach unserer Nummer. Lee wird ihm erzählen, ich sei unfähig und um Vergebung bitten. Er ist gut mit Worten. Ganz besonders, wenn es um Schmeicheleien geht. Er empfängt ihn sicher mit offenen Armen. Somit hätten wir auch einen Spitz. Ganz genau. Es sei denn, ihr hättet unseren Feind unterschätzt. Wenn dem so ist, wird Charles' bemerkend nicht fliehen. Er ist gewiebt, als ihr glaubt. Wenn wir fertig sind, gehe ich eine Woche nach New York. Höchste Zeit, dass ich mir das anschaue. Ich sehe, du warst fleißig. Diese Männer gehören verschiedenen Stämmen an. Sie sind vereint in dem Wunsch, Braddock zu vertreiben. Die Abenaki, die Lenape, die Shawnee. Und du? Für wen stehst du? Mich selbst. Und was soll ich tun? Du hilfst ihnen bei der Vorbereitung. Folge mir. Sie kommen. Alles in Ordnung, Sir? Ich genieße nur den Moment. Viele werden sich fragen, was wir so weit im Westen wollen. Das Land ist wild, noch ungezähmt und unbesiedelt. Doch das wird nicht immer so sein. Irgendwann reicht unser Besitz nicht mehr aus. Und dieser Tag ist näher, als ihr denkt. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Volk weiter wachsen und gedeihen kann. Folglich benötigen wir mehr Land. Die Franzosen wissen das und wollen unser Wachstum aufhalten. Sie umzingeln unsere Gebiete, errichten Forst, schmieden Allianzen und warten auf den Tag, an dem sie die Schlinge zuziehen können. Doch das darf nie geschehen. Wir müssen den Strick durchtrennen und siegen. Das ist unser Ziel. Wir geben ihnen eine letzte Chance. Sie ziehen ab oder sie sterben. Das ist der richtige Moment. Warte. Es reicht nicht nur, seine Truppen zu zerschlagen. Braddock selbst muss sterben, sonst wird er wiederkommen. Ich verklebe mich als einer der Seine und schleiche mich an ihn ran. Euer Angriff ist die perfekte Deckung für mich, in den Todesstoß zu versetzen. Wir warten auf das Signal. Ja, direkt vor uns. Bei dem Tempo dauert es Tage, bis wir die Pläne erreichen. Wir sollten besser dem Fluss folgen. Wir sind fast 2000 Mann. Ein Speer erreicht, um uns zu entdecken. Und was dann? Schnelligkeit ist besser für uns. Eierversch8-Best Charles-Best 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 Karlstil. Wie ist das기 åbren nemen? favorable. Mit Ahly anнаren мед kalten Kling. Gut, ja. uren PB-Gest Charles-Best chcombobirdbb. Nun,restH fellows schon einmal vor dir? Jesse-NG-bes Charles, haben wir gedacht, ob sie Part 2 haben in 답لب! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Gentlemen, bitte, setzt euch. Ich fürchte, unser Tempel war nur eine bemalte Höhle. Allerdings enthielt er Bilder und Schriften der Vorläufer. Das heißt, wir sind nah. Nicht nah genug, wie es scheint. Wir müssen die Anstrengungen verdoppeln, unseren Orden erweitern und eine feste Basis einrichten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Städte entdecken werden. Genau. Hört, hört. Des Weiteren, glaube ich, dass es an der Zeit ist, Charles in unsere Reihen aufzunehmen. Er hat sich als loyaler Anhänger erwiesen, diente uns tadellos bereits vom ersten Tag. Er sollte in unser Wissen eingewiesen werden und von diesem Geschenk profitieren können. Ist jemand dagegen? Nun gut. Charles, fangen wir an. Schwört ihr, die Grundregeln des Ordens und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Niemals unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens. Ich schwöre. Und dies von nun bis in den Tod. Koste es, was es wolle. Ich schwöre. Seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Gemeinsam werden wir die Geburt einer neuen Welt einleiten. Eine der Sinnhaftigkeit und Ordnung. Eure Hand. Ihr... seid ein Templer. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Moment. Was? Was? Ihr habt das gesehen, oder? Wow. Allerdings wow. Haythams Amulett aus London muss der Schlüssel sein. Wir wissen, wie er aussieht, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Desmond, du musst weitermachen. Er ist doch dein Vorfahr. Hüpf du doch in den Animus. Im Ernst? Das ist deine Antwort? Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger. Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier. Desmond, du dies. Desmond, du das. Desmond, du findest es besser raus, weil die Sonne uns alle zur Asche verbrennt. Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir, aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templer-Verschwörer. Und fände es klasse, wenn du von einem Weltraum-Zauberer kontrolliert wirst, damit du mich umbringen kannst. Da hast du deine Antwort. Ich hab's satt, eine Schachfigur zu sein. Ich dachte, mit dir wär's anders. Du bist mein Vater. Du bist nicht besser als die scheiß Templer! Vergleiche mich nie wieder mit diesen Bastarten. Verstanden? Alles, was ich tue, alles, was ich je tat, tat ich für dich. Vielleicht bin ich manchmal zu hart oder verlange etwas zu viel. Aber denk bitte daran, worum es hier geht. Reiß dich zusammen! Du musst dich zusammenreißen! Uns rennt die Zeit davon. Also, das war ungewöhnlich. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert und fang mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Es sieht nicht gut aus. Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von... Ich schätze, es sind Batterien. Eine hast du schon gefunden, aber mehr sind nicht da. Zumindest nicht hier unten. Eine Idee, wo wir Ersatz finden könnten? Vielleicht. Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen. Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück. Schau, was du tun kannst. Aber sicher. Übrigens, Desmond, du kannst dich hier umsehen oder wir gehen zurück zum Animus. Okay, dann mal los. Undon, Miseru, Heststaniu. Ovia, Ava, Unde, Hiya, Donchadagub. Tone, Wehade, Nagerade. Tesadger, Donner, Rotniha. Nixiate, Huwaiadone, Kerro. Aze, Conte, Tejager, Daoni. Nixia, Ohten, Ondegadi, Vastaque. Agungwe, Dasu, Ava, Huan, Nodun, Vecini, Autnesago, Deogua. Zeu, Gerda, Suria, Dizax, Neheitem. Rageneru, Quaque, Ong, Tejini, Togwenyo. Nixia, Oshondo, Yohawihdu, Yadehagoner, Aque. Jinnu, Oro, Jokwe, Templar, Agwegu, Thadiniaro, Darhox. Ne, Oho, Otke, Tsonis. Seigot, Keesu, Orion, Oahigus, Ogontanu, Ogotgotosine, Sagaldaskarnex. Seigot, Keesu, Oro, Jokwe, Tsonis. Seigot, Keesu, Oro, Jinnu, 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 Untertitelung des ZDF, 2020